Ich weiß da doch... Sag mal, hast du jetzt überhaupt zugehört oder hast du jetzt immer bloß Höflichkeit halber Ja, Ja, Ja? Nein, nein, ich hab das absolut, weil ich verstehe, das ist im gewissen Sinne, äh, ja, wenn man das so sagen kann, ist ja im gewissen Sinne, äh, wie ein Showview. Ähm, ja, im gewissen Sinne, ja. Ne, ich meine, sagst du jetzt im gewissen Sinne Ja aus Höflichkeit oder meinst du das jetzt wirklich ernst, hast du das jetzt... Mein ich wirklich ernst. Du weißt das Showview. Denn über Tage mein ich das immer so wirklich ernst. Ne, darum ja noch mal eine Frage, glaubst du dem Björn so was, wenn der so eine Geschichten erzählt? Äh, auf jeden Fall. Ja, und findest du, dass so eine Geschichten ins Fernsehen gehören? Ja. Hm, vielleicht nicht, vielleicht nicht, ähm, im, äh, vielleicht nicht im tiefsten Sinne, aber, äh, im, äh, also im, im weitesten Sinne, ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, da hast du eigentlich recht. Denn bedanke ich mich erst mal bei euch, ja? Auf jeden Fall, Kurtner. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch. Okay, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, und auch vielen Dank für den Vertrauen, was ihr mir geschenkt habt. Ist kein Problem. Gut. Also. Ich bin stolz auf euch. Ich auf dich auch. Tschüss. Tschüssi. So, Markus. Wow. Hallo. Ja, hallo. Tag, 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 Tag. Das ist ja sehr merkwürdig. Was ist merkwürdig? Wenn man dich plötzlich Stereo hört. Wieso Stereo? Ja, mit dem einen Ohr am Ende. Telefon und Fernseher. Genau. Du hast ja einen kleinen Fernseher. Ja, ja, das stimmt, aber ich halte mich am Ohr, ich sitze nur davor. Ja, ach so. Ja. Markus, bei dir verbindet sich ja deine Biografie aufs engste Kinoerlebnis. Ja, das ist mir allerdings auch eben erst aufgefallen, muss ich sagen. Da war ein Pferd im Kino. Was denn? Da war ein Pferd im Kino bei dir. Nee, nee, aber ich meine, als ich deine Sendung jetzt heute Abend gesehen habe, ist mir jetzt aufgefallen, dass ich... Wir sehen, hab es gut. Ich würde dich bitten, bleib dran. Das macht einen guten Eindruck. Dann also hier für die Sendung. Ja, prima. Ja, prima. Ja, prima. Jürgen, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder hier. Ja, der automatische, die automatische Fernbedienung hat wieder zugeschlagen. Hervorragend. Ja, jetzt bist du aber dran. Ja. Markus, du müsstest ein bisschen lauter sprechen. Okay, hört man mich besser jetzt? Ja. Also ich sag vielleicht mal, Udo, du müsstest den Markus ein bisschen lauter sprechen lassen. Geht das? Ja, wunderbar, funktioniert, prima. Also wie gesagt, mir ist eben erst aufgefallen, dass ich im Grunde genommen meine Frau, oder sagen wir mal so, den ersten Annäherungsversuch an meine Frau, mit der ich jetzt verheiratet bin, im Kino gemacht habe. Ja, aber in deutlicher Unterscheidung zu dem, was Björn eben erzählen wollte, hoffe ich. Björn? Hast du nicht zugehört? Achso, doch, ja, ich war ein bisschen beschäftigt mit dem Telefon, muss ich sagen. Ah ja. Anfangs hat die Antenne das Bild gestört. Hm? Na dann, frage ich andersrum, wie sah denn da eure erste Begegnung im Kino aus? Ja, wir haben uns verabredet und ich habe sie abgeholt und wir sind ins Kino gegangen. Aber verabreden ist ja leicht. Nee, so leicht war das nicht, ich habe die ersten Annäherung vorher kennengelernt. Naja, gut, wenn man, sagen wir mal, eine Frau am Vorabend kennenlernt, ja, dann gibt es ja irgendwie doch waghalsiere Aktionen, als sie zum nächsten Abend ins Kino einzuladen. Das kommt auch an, was man vorhat. Ja, übel, wenn man vorhat, einen Film zu sehen, dann ist es vielleicht angebracht, aber auch immer noch nicht waghalsig. Aber du hast ja ins Kino eingeladen. Und, äh, naja, wie gesagt, und dann haben wir ja gesessen und dann hat sie sich dann vorgebeugt und so und hat dann so mit den Armen auf der Armlehne da vorne in Reihe gelegen und dann sind wir uns näher gekommen, als ich dann nicht da vorbeischleichen wollte. Ich dachte, ich wollte rausgehen oder so, das war natürlich nur ein Vorwand. In Filmen dann? Ja, ja. Wobei du gesehen hast, sie ist jetzt, äh, liegt quasi in der Reihe? Ja, genau. Und es ist eine Möglichkeit, ganz unuffällig Körperkontakt zu bekommen? Ja, sozusagen. Was sie sagt, du musst mal jetzt ganz dringend mal raus? Ja, ich musste ja irgendwie näher an sie ran, um mir das zu sagen. Achso, der erste Kontakt war schon zu sagen? Ja, ja, genau. Dass du jetzt mal raus musst? Bist du da noch raus? Nee, und dann habe ich so angefangen, wie an der Seite zu lieben, kosen sozusagen. Ja, was mich jetzt interessant ist, ist ja wirklich der spannende Punkt. Wie schafft man denn den Übergang? Also man kommt so ran, der Mund nähert sich wahrscheinlich dem Ohr, kann ich davon aussehen, dass es das Ohr war? Genau. Ja, und man tut das erst mal wirklich so, als wäre das alles Zufall, dann verliert man ein bisschen das Gleichgewicht und berührt mit den Lippen das Ohr sozusagen. Ach, und dann noch aus dem Sitzen gestolpert? Ja, genau. Dann noch voll aufs Ohr? Ja, genau. Dann in der richtigen Tonlage. Ja. Ja, und dann geht das so die Wange entlang und dann sieht man, ob der Kopf nach links oder nach rechts wendet. War im Grunde so wie so eine Gletscherkatastrophe, ja, so ruf und dann so rumgerutscht. Ja, es war eine ziemlich schließende Bewegung. Und da gehört aber ein ziemliches Koordinationsvermögen dazu. Du bist dann wahrscheinlich, also dein Ziel war sicher eher der Mund. Ähm, ja, ich war mir noch nicht sicher. Ich wollte ja nicht zu schnell sein. Ach so. Ja, aber das andere Ohr wäre auch blöd gewesen, oder? Ja, das ist so immer rum. Ist eine ganz unmögliche Haltung dann. Jedenfalls der Witz ist, dass ich die Frau dann drei Jahre später geheiratet habe. Das ist das, was wir eben aufhielten. Ach, dann hat sie auch noch drei Jahre gebaut, ja? Ihr dauert vom Kennenlernen zum quasi ersten Kuss, jeden Abend ungefähr? Und dann aber bis zum Heiraten drei Jahre. Was ist denn in den drei Jahren so passiert? Du musstest nämlich an öfter nochmal durch. Durch was? Durch Kino. Ja, nee, jetzt also, nee, in den drei Jahren würdest du ja noch mehrmals Gelegenheit ergeben haben, irgendwie ihr ins Ohr zu flüstern, dass du jetzt mal kurz hier vorbei müsstest. Oh ja, natürlich. Ja? Ja. Und wann, wie hast du denn, hast du den Antrag gemacht? Ähm, nein, das war sie. Das war sie? Ja. Ach so, ehe der wieder stolpert wird sie gedacht haben, wa? Ja, das hat ja dann noch drei Jahre lang gedauert. Und jetzt hättet ihr noch gerne in Kinos? Ja, gerne. Aber wir stehen immer vor dem Kino und wenn wir dann dran sind, gibt es keine Karten mehr. Ah ja. Warum nicht? Zopalast. Zopalast? Ja. Gut. Okay. Dann danke ich dir erstmal. Grüßt die Frau. Mach ich dir. Ja? Und sag ihr doch mal wieder ganz leise, irgendwas schönes ins Ohr. Okay, mach. Zum Beispiel, dass das hier eine prima Sendung ist. Okay, tschüss. So, wir gucken jetzt erstmal wieder noch ein bisschen, ah, jetzt gucken wir mal was ganz kompliziert ist. Da habe ich mir ganz viel aufgeschrieben. Nur wo? So, wir gucken jetzt einen Film zu 100 Jahre Kino, der stammt von Heinrich Sabel. Das ist eigentlich ein Kurzfilm, den wir jetzt so in Ausschnitten zeigen und der wir, wenn wir den in Ausschnitten zeigen, weil es ein Kurzfilm, wenn man einen Kurzfilm in Ausschnitten zeigt, dann wäre das extrem Kurzfilm. Und um zu vermeiden, dass es ein extrem Kurzfilm wird, haben wir das noch kombiniert mit einer Szene aus einem anderen Film. Wolf bleibt Wolf heißt dieser Film. Der hat jetzt vor kurzer Zeit den Bundesfilmpreis gekriegt. Und da ist so eine Szene drin, die passt ganz schön zu diesen Überlegungen. 100 Jahre Kino ist eigentlich der Kampf zwischen Fernsehen und Kino. Nun bin ich ja vom Ansatz her schon so eine Art Fernsehverächter, außer wenn ich jetzt zufälligerweise gerade selber dann im Gerät sitze. Dann finde ich, dass Fernsehen eigentlich doch eine große kulturelle Leistung ist, der man seine Aufmerksamkeit ungeteilt schenken sollte. Das wendet sich dann aber sehr hin zum Kino, zu eben 100 Jahre Kino, weil das Kino jetzt demnächst gerade in diesen Tagen, in diesem Jahr 100 Jahre wird. Gucken wir uns erstmal an den Film von Heinrich Sabel. Müsste man genau hingucken. Wenn man Spaß daran hat, findet an diesem Film, dann würde ich danach noch ergänzende Bemerkungen dazu machen. Ja, jetzt gucken wir uns das erstmal an. Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Schluss damit. Schluss damit. Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Ja. 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 Musik Ja.